Hallo Leute, willkommen zurück in das Ding aus einer anderen Welt, was letztes Mal passiert ist, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja. Holen wir jetzt aber erstmal unsere Taschenlampe raus. Damit wir den Keller auch angucken können, der immer wieder sehr cool aussieht. Okay, was liegt hier auf dem Boden? Da lag doch gerade was auf dem Boden. Da. Okay, können wir nicht aufnehmen. Frag mich bitte nicht warum. Was haben wir hier für Monster? Noch mehr Monster. Sehr schön. Gut, wie geht's weiter? Ich denke mir mal, aus dieser Tür müssen wir heraus. Da war doch gerade was. Da. Monster, Monster, tra la 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 la. Wow. Und ich bin immer blau. Tod ist gut. Munition. Haben wir keine Pistole. Der hat die Pistole, der Wichser. Und der Schrotflinte. Und Maschinengewehr-Munition. Das ist ja heute wie Weihnachten hier. Okay, dann komm mal. Du folgst mir ja sowieso nicht. Danke. Äh, du kriegst jetzt mal eine Geben, eine Waffe. Was kriegst du denn? Auch eine Schrotflinte oder lieber Maschinengewehr? Ja, ich gebe dir mal Maschinengewehr, mein Freund. Gut. So. Den Rest kriege ich. Und dann, ja, gehen wir weiter. Äh, Feuer abspeichern, Leute, weil... Wenn wir jetzt sterben, will ich nicht wieder alles von vorne machen. Okay, holen wir unsere Schrotflinte raus und... ...bringen die Kacke zum Dampfen. Penner. Ah, da ist ja Schrotflinte. Ich werde euch alle ausräuchern. Was haben wir denn hier? Okay, da kommt man nicht weiter. Doch, da. Das ist ja wie ein Labyrinth hier. Ich hab keine Ahnung, wie lang geht. Entweder zurück, vor, zurück, vor. Okay, hier waren wir schon mal, das weiß ich. Dieser Lüftungsschacht kommt mir sehr bekannt vor. Ja. Er kommt ja noch durch. Schade. Ne, wir gehen falsch, Leute, wir gehen falsch. Hier waren wir schon mal. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Könnte sein. Wo geht es hier bloß? Weiter, 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 weiter. Hier lang? One, two. In den Rücken. In den Rücken. Du bist bisher eine sehr große Hilfe, muss ich sagen. Wirklich. Wie viel hast du schon gekillt? Ein Schalter. Den man nicht betätigen kann. Super. Noch ein Schalter, den man wahrscheinlich wieder nicht betätigen kann. Super. Eine Tür, die sich öffnen lässt. Gucken wir mal hier runter. Alles frei. Wow, 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 wow. Oh, was geht denn bei euch ab? Wir auch, oder wie? Ja. Das klappt nur beim ersten Mal, Leute. So. Das klappt nur beim ersten Mal. Liegt hier was Interessantes? Oh, ein Medikit. Wer kommt denn da? Dazu sage ich doch nicht nein. Zack, und die Manns sind auch dort. Muss ich erstmal gewöhnen. Es war auch irgendwie ein bisschen her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Äh, ja. Und Verteilerkasten. Ich brauche einen Techniker. Den ich natürlich nicht alleine reparieren kann. Mach du mal, MacGyver. Zwei Türen. Tür Nummer 1 führt uns dahin. Schrecklicher Musik. Was ist hier? Hier gibt es zwei Schöpfen. Wow. Ich muss mal kurz hier Medikit nehmen. Äh, selbst anwenden. Schieß, schieß. Um Gottes Willen, Alter, der schießt nicht. Speichern. Kann man nicht. Natürlich müssen wir das vorher reparieren, natürlich. Speicher. Endlich das Spiel. Okay. Was ist das denn hier für Monster 4? Nein, ich mache das nicht, glaube ich. Ich bin doch nicht blöd. Was haben wir denn so schönes? Ich glaube, wir gehen doch mal in eine andere Richtung, denn die war irgendwie viel cooler. Da, dduh dduh, 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 dduh. Kann ich das abschießen? Ne, lassen wir das mal. Vielleicht ist das so gedacht, dass wir es jetzt abschießen. Oh Bihil guck mal die Leute Pistole, wenigstens kann ich damit schießen. Da haben wir dann hier guck schönes Granaten. Missionen ... do ist mein Techniker? Da. Was haben wir hier noch? So schönes Maschinengewehr, Maschinengewehr, Munition, passt hier super, Türsteuerung, sehr schön, wirklich sehr schön, ein Hebel, was hat das jetzt gebracht? Die Tür ist offen, oder? Die Tür ist offen. Was haben wir hier noch? Das ist, glaube ich, für Sniper, aber wir haben keine Sniper, super. Okay, Leute, wir nehmen jetzt mal ein paar Granaten raus und dann schmeißeln wir die auf dieses Mistvieh und dann holen wir unsere Flammenwerfer raus und dann macht es und das Mistvieh ist tot. So habe ich es mir vorgestellt und so wird es auch sein. Zack. Granate! Granate! Ich räuchere dich aus, du Mistvieh. Und jetzt sollen wir unseren gepflegten Flammenwerfer raus und geben den Penner den Rast. Burn, Baby, burn! Hast du noch nicht genug, oder was? Hässliches, kleines Mistvieh hier. Zack, Alter, so geht das. So geht das und nicht anders. Okay, was gab es hier so Interessantes, außer dieses riesengroße Mistvieh? Das war doch jetzt nicht alles umsonst, oder wie? Okay, wir haben eine Schüssel aufgesammelt. Das habe ich noch nicht gekriegt. Hm. 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 Wie kann man denn jetzt nochmal die... Äh, es gab da mal einen Knopf, wo man so Aufträge und so angucken kann. Ach, wen interessiert das. Okay. Sieht auch interessant aus. Medikits. Taschenlampe. Wir haben schon eine. Das war irgendwie ein Fehler. C4 besorgen. C4 in Frachtflugzeugen anbringen. Wo bin ich denn? Ach, du heilige Scheiße. Schau mal ein Maschinengewehr raus. Bist du bereit? Wahrscheinlich nicht. Es geht los! Okay, sie beköpfen sich gegenseitig. Das ist schon mal positiv. Wer kommt denn da? Schieß! Schieß die Mistkolle ab. Geht doch. Man findet voll viel Maschinengewehr-Munition hier. Abspeichern. Ich sag mal, wir müssen wieder zurückgehen. Da hab ich recht. Was ist da? Du machst das schon. Geh mir wieder zurück. Boah, es ist hier dunkel. Ich seh fast gar nichts. Kommst du? Hören sie das? Was? Ja. Na, du machst das schon. Du bist ja hier Superman. Wie viel Munition hast du noch? Ach, genug. Boah, ich seh wirklich überhaupt nichts. Es ist ja nicht mehr ja... Es ist richtig abnormal hier. Oh oh. Soldaten. So. Das war ein Satz mit X. Okay, hier kann man abspeichern. Tun wir das mal. Zu abspeichern sag ich nicht nein. Okay.